Der Besprechungsleiter und der, der dieses ganze Thema an sich treibt, war aus privaten Gründen remote zugeschaltet und eigentlich der Rest vom Team war im klassischen Besprechungszimmer. Und gerade aus dieser Position heraus hat er aber probiert, aktiv einzufordern, dass diese ganzen Laptops eben zugeklappt werden. Und im ersten Moment habe ich ein bisschen schmunzeln müssen und habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie witzig, dass er das so sagt und so. Aber auf der anderen Seite war es total erfolgreich eigentlich, weil ich glaube, dieses Meeting oder eben der ganze Workshop-Tag, wie es dann war, ist eigentlich einfach ganz anders abgelaufen, als wenn er das nicht gesagt hat. Und du setzt halt damit irgendwie klar deine Erwartungen nochmal durch. Du hast gemeint, ja, das hast du hoffentlich schon etabliert. Ja, aber was ist, wenn du gerade in dieser Etablierungsphase drinnen bist, ja, dann musst du, finde ich, diese Regeln durchaus irgendwie vorgeben, setzen und natürlich auch entsprechend dann einfordern. Ja, dann musst du, finde ich, diese Regeln aus.